Black Desert startet am 16. Dezember in die erste offizielle europäische Close Beta und eine Frage, die ich und auch sehr viele meiner Abonnenten sich natürlich stellen ist, lohnt es sich, dieses Spiel vor Ort zu bestellen? Und in diesem Video möchte ich ein bisschen darauf eingehen. Moin Moin Leute, mein Name ist ReFaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem Video rund um Black Desert und um die Vorbestellerpakete bzw. um die Frage, vorbestellen oder nicht? Für diejenigen von euch, die nicht wissen, was Black Desert ist, das wird ein MMORPG sein, auf welches wir schon ein bisschen länger warten, was gerade in Korea und im asiatischen Raum schon rausgekommen ist und was auf den ersten Blick wirklich sehr, sehr gut aussieht. Das Problem, was ich aktuell damit habe, ist, ich lasse mich nicht mehr so einfach hypen, besonders nicht in dem Bereich von MMORPGs, denn wir haben in dem vergangenen Jahr und auch, sag ich mal, ein bisschen vorher schon ziemlich viele Enttäuschungen erlebt. Arc Age ist nicht das gewesen, was es sein sollte, Echo of Soul ist das letzte, was mir gerade so einfällt, was sehr, sehr viele gehypt haben, war für mich persönlich auch wieder ein Reinfall. Blade & Soul wird jetzt noch rauskommen und die drei, die ich gerade genannt habe, die sind Free-to-Play. Bleibt Black Desert ist es ja wieder so eine andere Sache, Black Desert ist im asiatischen Raum komplett Free-to-Play, in Russland, wenn ich mich nicht irre, auch, aber bei uns wird es ein Buy-to-Play-Spiel. Das macht mich ein bisschen skeptisch, warum? Es ist ein Spiel, was auf Free-to-Play aufgebaut ist, das heißt, es wird ein In-Game-Shop geben. Ähnlich wie bei Guild Wars 2, nur noch wahrscheinlich ein bisschen weiter ausgefeilt, aber sie haben sich für den europäischen Markt dafür entschieden, dieses Spiel zu verkaufen. Ihr werdet keine Abo-Gebühren bezahlen müssen, aber einmalig natürlich dafür, das Spiel zu kaufen. Grundsätzlich habe ich da nichts gegen, wenn eben dieser Grundsatz nicht da wäre, dass das Spiel eigentlich Free-to-Play ist in anderen Ländern und ich habe halt ein bisschen Befürchtung, dass das Spiel einfach nur Angst hat, nicht genug Content für den westlichen Markt zu bieten und somit versucht er am Anfang schon ein bisschen, ja, Geld zu generieren, um somit nicht das Spiel direkt abstellen zu müssen. Das ist natürlich ein sehr negativer Gedanke, aber nichtsdestotrotz, ich denke darüber nach, mir das vorzubestellen. Und warum vorbestellen? Ganz einfach, denn mit der Vorbestellung seid ihr teilweise bei der Closed Beta dabei. Zu den Vorbestellungen der Paketen kommen wir gleich, vielleicht erst einmal ein paar Worte zu dem, was ihr im Hintergrund seht. Das sind einige Aufnahmen, die ich in der damaligen koreanischen Closed Beta machen konnte. In einer, ja, russischen Closed Beta bin ich erst gar nicht reingegangen und habe es auch gar nicht versucht und die, ja, offizielle Closed Beta für uns wird ja halt am 16. starten. Und wenn ihr bei der Closed Beta auf jeden Fall dabei sein wollt, könnt ihr euch den teuersten Paket kaufen, der 100 Euro kostet. Zu den Inhalten komme ich eben gleich. Oder ihr könnt versuchen weiterhin auf der offiziellen Seite oder auf den Facebook- und Twitter-Seiten von Black Desert an einem Closed Beta Key zu kommen. Sie nehmen jetzt auch schon Anmeldungen für die Closed Beta an. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Grundsätzlich, Black Desert sieht gut aus. Black Desert ist nicht ganz das vom Movement her, was ich erwartet habe. Es hat zwar eine etwas dynamische Kampfsteuerung, aber irgendwo auch nicht hin. Das Ganze baut letztendlich schon auf Tasten auf und selbst wenn ihr mit der Maus rumklickt, ist es so, dass einfach nur verschiedene Skills hintereinander ausgeführt werden. Das fühlt sich schon flüssig an, aber ein Punkt, der Black Desert immer gesagt hat, ist es so eine Mischung aus Parcours und normalen MMORPG hätte. Denn man kann auch viele Sachen draufklettern, was ja bei anderen MMORPGs ja normalerweise überhaupt nicht der Fall ist. Aber das ist nicht ganz so ausgefeilt, wie man sich das vorgestellt hat. Zu dem Release bei uns wird es aktuell insgesamt sechs Klassen geben. Einmal den Krieger, die Waldläuferin, dann gibt es noch eine Schwarzmagierin, den Berserker, die Walküre und auch einen Magier bzw. eine Magierin. Es sind auch weitere Klassen schon vorgestellt worden. Ich glaube die Biestmeisterin zum Beispiel, so eine Art Jäger mit Pet. Und diese Klassen werden wohl nachträglich zu uns reinkommen. Was Black Desert auch noch bietet, ist sehr sehr viele Wirtschaftsmöglichkeiten. Ihr habt einen sehr ausgeprägten Handel. Ihr könnt Tiere zähmen, um sie zu euren Reittieren zu machen. Ihr könnt natürlich Fisch fangen und sammeln. Also das Fischen ist bei MMORPGs immer dabei. Ihr könnt sehr sehr viel craften, was wohl auch ein großer Teil des Spiels ausmachen kann. Ihr könnt sehr viel sammeln an Wissen, das heißt eine Story ist dahinter. Und es gibt auch ein richtig ausgeprägtes Housing System. Das heißt, eigentlich scheint es genug für viele Leute zu bieten. Was mir persönlich an Informationen noch fehlen und weswegen ich selber noch so ein bisschen mit mir selber hadere, ob ich das Spiel kaufe oder vorbestelle, besser gesagt oder nicht. Denn kaufen werde ich es mir definitiv. Mir geht es ja ein bisschen mehr um die Vorbestellung. Ist tatsächlich, was für Inhalte wird das Spiel langfristig bieten. Denn davon wissen wir nicht viel. Inhalte, Instanzen, Raids, Gruppenspiel, Questreihen. Das ist etwas, was bis jetzt nicht wirklich ja rausgekommen ist. Beziehungsweise wo man eher Negatives aus dem asiatischen Raum hört. Wo man da eher hört, okay, man ist irgendwann high level und dann hat man nichts mehr zu tun. Und so ein MMORPG lebt für mich aus zwei Sachen. Zum einen muss mich die Levelphase einfach packen. Ich muss entweder eine coole Story oder ein cooles Gameplay haben, eine geile Welt. Etwas, was mich packt. Wo ich einfach sage, ja, ich logge mich gerne ein und ich level des Levels wegen. Also nicht, weil ich hier unglaublich schnell high level sein möchte. Das ist eigentlich nie mein Ziel. Sondern, weil ich die Levelphase sehr genießen möchte. Und ich glaube, das bietet mir Black Desert. Aber auf der anderen Seite ist natürlich noch der Punkt, dass ich auch dann etwas erreichen möchte, wenn ich auf high level bin. Das heißt, dass dort das Spiel nicht aufhören soll. Sondern, dass ich den entsprechend auch beschäftigt werden möchte für halt die Zeit, wo ich dann mit meinem high level Charakter unterwegs bin. Und da habe ich noch ein bisschen Befürchtung. Warum überlege ich mir ein Close Beta Paket zu kaufen, beziehungsweise ein Vorbesteller Paket, wie sie sich schon so schön nennen. Es gibt insgesamt drei. Einmal den Paket des Reisenden für 30 Euro. Den Paket des Entdeckers für 50 Euro. Und den Paket des Eroberers für 100 Euro. Zu jeder Close Beta kommt man nur, wenn man sich den Paket des Eroberers kauft. Die erste Close Beta ist angekündigt. Das wird definitiv eine zweite geben. Dafür gibt es aber noch kein Datum. Wenn ihr also definitiv bei den Close Badas dabei sein möchtet, müsst ihr 100 Euro hinblättern. Es gibt noch ein bisschen mehr und da würde ich gleich drauf zukommen. Bei dem Paket des Entdeckers kommt ihr definitiv in die zweite Close Beta. Und bei dem Paket des Reisenden habt ihr überhaupt keinen Beta Zugang. Ist nicht schlimm, denn wenn man sich das Spiel sowieso nur bei Release zulegen möchte, ist das als okay. Okay, man muss eben keine Close Beta mitspielen. Was ich aber interessant finde, dass ihr diesen Paket des Reisenden für 30 Euro kaufen könnt. Das bedeutet, dass die Vollversion von Black Desert 30 Euro kosten wird. Und das finde ich ist ein cooler Preis. Es ist ein total vertretbarer Preis für einen Buy-to-Play-Titel. Heißt, man wird nicht 60 Euro hinblättern müssen. Und bei dem Paket des Reisenden, also bei dem Standard günstigsten Paket, habt ihr die Vollversion auf jeden Fall mit dabei. Was habt ihr dort noch mit drin? Ihr habt einen Gastspielcode. Das bedeutet, ihr könnt jemanden einladen, sich das Spiel anzugucken. Er kann sieben Tage lang spielen. Finde ich interessant. Also sowas wie eine, ja, wer habt eine Freundaktion. Nur habt ihr nichts davon, sondern habt diesen Code einfach nur, den ihr dann nutzen könnt. Dann gibt es so unterschiedliche Extra-Inhalte, was mit Behausung, mit Färbekisten zu tun hat. Ihr habt drei Einzel-Skill-Resets. Das heißt, dass man tatsächlich wohl auch zahlen muss. Ob es jetzt In-Game-Währung oder Echtgeld ist, kann man noch nicht wissen. Aber um den Skill-Resetten zu können. Und eine Stahl-Werkzeug-Kiste, die wohl dann fürs Crafting benutzt wird. Was es noch als limitierten Inhalt gibt, was es eben nur in diesem Vorverkaufspaket gibt, in dem 30-Euro-Paket, ist ein In-Game-Titel, ist die Reservierung eures Familiennamens, ist die Reservierung des Charakternamens. Ihr habt einen Headstart von 24 Stunden und einen zusätzlichen Charakterplatz. Das finde ich schon sehr interessant. Ich bin gespannt, wie viele Charakterplätze es eben bei der normalen Version gibt. Und ihr merkt auch hier schon, wenn es mal in den Charakterplätzen eine Einschränkung gibt, dann ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass das Spiel eigentlich Free-to-Play ist. Aber wir wollen ja nicht negativ der ganzen Sache gegenüber sein. So, dann haben wir den Paket des Entdeckers. 50 Euro soll er kosten, Close-Beater 2 ist man dabei, Black Desert ist natürlich dabei. Ihr habt zwei Gast-Spiel-Codes, das heißt, ihr könnt zwei weitere Freunde einladen. Dann habt ihr noch diese ganzen Gegenstände für Behausung und Färbekisten. Ihr habt fünf Einzelskill-Resets, ihr habt ein Tier-3-Pferd direkt dabei, eine Pferdeflöte, womit ihr dann ein Pferd über größere Distanz zu euch rufen könnt und eine freie Haustierwahl aus unterschiedlichen Titeln. Limitierte Inhalte ist auch wieder hier ein Ingame-Titel, Familiennamen, Charakternamen. Ihr habt einen Headstart von zwei Tagen, ihr habt zwei zusätzliche Charakterplätze und einen exklusiven Waffenskin. Ist ein bisschen was Optisches, die Charakterplätze machen mir auch hier wieder ein bisschen Sorgen, aber kommen wir zum Paket des Oberers. 100 Euro kostet das, bester Vorteil natürlich, man ist bei jeder Close-Beater dabei, ihr habt wieder, natürlich dann die Black Desert Vollversion dabei, drei Gastspiel-Codes für sieben Tage, insgesamt zehn von den Behausungs- und Feierbekisten, ihr habt Charakter-Modifizierungsticket, zehn Einzelskill-Resets, ein Tier-5-Pferd, was wahrscheinlich dann einfach etwas wertvoller und etwas schneller ist, auch wieder die Pferdeflöte, eine freie Haustierwahl und 2.500 Pearls, welche einen Ingame-Wert von 25 Euro haben. Hier sehe ich dann auch direkt, okay, es gibt eine Ingame-Währung, die man für Echtgeld kaufen kann und die bekommt man hier gleich mit dabei. Was man damit letztendlich anstellen kann, das weiß man eben noch nicht. Weiterhin limitiert in diesem Vorverkauf, deshalb wieder Ingame-Titel, Familienname, Charakternamen, Headstart von 96 Stunden, was schon eine andere Hausnummer ist, drei zusätzliche Charakterplätze, einen exklusiven Waffenskin und ein exklusives Kostüm. Im Großen und Ganzen, warum ich wirklich so ein bisschen Bauchschmerzen mit Black Desert aktuell habe, diese Vorbesteller-Pakete zeigen mir einfach nur, dass sehr viel in diesem Spiel eigentlich nach Free-to-Play klingt. Das heißt, meine größte Angst ist tatsächlich, dass das Spiel ein Free-to-Play-Spiel ist, was einfach so eine Einstiegshürde von einem bestimmten Geldbetrag noch hat. Wenn es mir genug bietet, ist es mir natürlich auch 100 Euro wert. Überhaupt kein Problem. Ich würde mir halt tatsächlich den Paket des Obras kaufen. Darüber denke ich aktuell auch nach. Warum? Zum einen, weil ich bei den Close-Speeders gerne dabei sein würde, um euch auch davon schon ein bisschen was zu zeigen und dann eventuell auch den einen oder anderen einfach einen Rat geben zu können oder zumindest darstellen zu können, hey, das erwartet euch in diesem Spiel, damit ihr selber entscheiden könnt, ist es mir wert, vielleicht sogar selber ein Vorbesteller-Paket zu kaufen oder warte ich, bis der Release kommt oder ihr merkt vielleicht durch solche Videos sogar, okay, das ist doch nichts für mich. Ich würde mir unbedingt den In-Game-Shop anschauen. Ich würde gerne ein Preview dazu machen. Das wäre aber auch der einzige Grund, warum ich mir den Paket des Obras kaufen würde, um euch ein bisschen was davon zu zeigen und damit vielleicht den einen oder anderen, ich sag mal, Geldersparnis zu bringen, weil ihr dann merkt, okay, das ist nichts oder den einen oder anderen tatsächlich davon zu überzeugen, das ist genau das, worauf ich warte. Aber ich bin selber noch nicht sicher, weil 100 Euro ist nicht wenig Geld, auch für mich nicht. Ich gehe Vollzeit arbeiten, aber ja, 100 Euro sind 100 Euro. Dafür kann ich auch nochmal ganz andere viele Sachen machen, mir zwei coole Playstation 4 Titel kaufen oder das Geld einfach mal woanders investieren, außer in Games. Aber wenn ich mir ein Vorbesteller-Paket kaufe, dann wird es definitiv der Paket des Obras. Und das muss ich tatsächlich auch bis zum 16. Dezember entscheiden, weil danach macht es für mich keinen Sinn mehr, denn dann wäre ich bei CBT 1 nicht dabei und das ist eins meiner Hauptgründe. Aber natürlich ist meine Frage an euch, was haltet ihr davon? Wie seht ihr es? Werdet ihr es vorbestellen? Sagt ihr, ihr habt schon genug Informationen? Wenn ihr euch das vorbestellt, welchen Paket werdet ihr euch kaufen? Schreibt es gerne in die Kommentare und ihr könnt mir auch gerne da drunter auch schreiben, was ich mir für ein Paket holen sollte. Sagt ihr, ja, das wäre ganz cool, solche Videos zu sehen oder sagt ihr, na komm, lass mal, wir sehen Videos woanders. Es ist für mich natürlich auch ein bisschen Feedback, damit ich meine Entscheidung einfach ein bisschen besser treffen kann. Also, ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare und Meinungen. Freue mich natürlich darüber und freue mich auch, wenn wir uns dann in meinem nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, ciao. Ich bin da mal raus. bis dahin. Bis dann. Bis dann.